Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer am großen Fotowettbewerb, sehr geehrte liebe Preisträgerinnen und Preisträger, es ist mir eine große Freude, ein Grußwort an die Fotografinnen und Fotografen der Denkmale und ganz besonders auch der Kleindenkmale sprechen zu dürfen. Vor kurzem las ich den Satz im Newsletter eines Naturparks in Baden-Württemberg, auch Gedenksteine benötigen jemanden, der ihrer gedenkt, sonst werden sie vergessen. Mit ihren Fotos haben sie die Kleinode am Wegesrand, die manchmal auch etwas versteckt und überwuchert sind und abseits der Wege stehen, in den Fokus und gerückt und mit ihnen wunderbare Fotos der Öffentlichkeit vorgestellt und so auf sie aufmerksam gemacht. Ihre Fotos sind ein wichtiger Schritt zum Erhalt der Kleindenkmale. In Baden-Württemberg setzen wir das Gedenken an die und die Fürsorge für die Kleindenkmale seit über 20 Jahren mit einem landesweiten Projekt um, in dem ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Kleindenkmale in bestimmten Gegenden systematisch dokumentieren. In Zusammenarbeit mit den großen Wander- und Heimatvereinen sowie den kommunalen Verwaltungen und Archiven vor Ort werden die Arbeiten von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt und vom Landesamt für Denkmalpflege betreut. Man kennt die großen Denkmale wie Schlösser, Kirchen, Fachwerkhäuser, Brücken, unsere Wohn- und Urlaubsorte. Wir haben sie stets vor Augen. Eigentlich kennt man auch die Kleindenkmale wie Wegkreuze, Brunnen, historische Grenzsteine oder Sühnekreuze. Beim Wandern oder Spazierengehen begegnen sie zu uns zuweilen auf Schritt und Tritt. Allerdings werden sie häufig nicht bewusst wahrgenommen. Dabei sind gerade die Kleindenkmale ein wichtiger Bestandteil unserer Kulturlandschaft und tragen en passant quasi im Vorübergehen zur kulturellen Identität bei. Was wäre unsere Kulturlandschaft ohne die Kleindenkmale? Sie stehen für die große Weltgeschichte genauso wie für die ganz persönliche Geschichte der Menschen. Ich nenne hier nur gefallenen Denkmale oder Brunnen, die in der Landwirtschaft und für die Wasserversorgung unverzichtbar waren und sind Themen, die wieder ganz aktuell werden. Mit ihren Fotos verhelfen sie diesen oft unscheinbaren Kleindenkmalen zur Aufmerksamkeit und sorgen dafür, dass sie nicht aus den Augen und aus dem Sinn geraten und tragen somit zu ihrer Erhaltung bei. Ganz herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch allen Preisträgerinnen und Trägern, verbunden mit der Bitte, die Kleindenkmale auch weiterhin im Auge zu behalten und sie in den Fokus zu rücken und damit für das Gedenken der Kleindenkmale Sorge zu tragen.